ja hallo die firma audi war so nett uns für den heutigen tag ein traumauto auszuleihen und zwar den r8 ist ein absoluter traum jetzt wollen wir mal sehen ob man zum chillen auch mal lichtmod einlegen kann schmeißen das teil da mal rein klingt wirklich fett die kiste nicht nur der motorsound sondern auch der cd sound hier war mal ganz frisch futter drin und ja 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 Vielen Dank.